Und zwar möchte ich mit euch gucken. Super, viele Leute haben es mir geschickt. Ich habe es noch nicht gesehen. Gucken wir mal, ob es ein paar Seamonsters gibt. Wir gucken uns jetzt ein Video an und zwar von The Supreme. Klingt schon mal geil. Wir kennen viele Teile des Meeres nicht. In der Tiefsee könnten sich noch fiese Monster wie der Megalodon, einige sagen Megalodon, leben. Dort, wo sich Architeuthes und Megalodon guten Nacht sagen, da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Ihr habt es euch gewünscht. Also super viele Leute haben mir dieses Video geschickt. Warum auch immer. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir gehen da rein. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Alles, was mit mehr zu tun hat, gefällt mir per se. Kann ja nur gut werden. Also lehnt euch zurück. Wir machen, man muss auch mal, das ist wie Trash TV auf RTL 2 oder sowas, Köln, Dingsda, Boomsta oder Frauentausch oder whatever. Vielleicht, vielleicht nicht ganz so schlimm. Sea Creatures. Ten scariest Sea Monsters ever caught. Also die zehn angsteinflößendsten Seemonster, die je gefangen wurden. Da bin ich mal gespannt. Da kann im Prinzip nichts schief gehen. Freunde, lehnt euch zurück. Sea Creatures. Listen. Listen. The ocean is a freaky place. We kind of know what we're getting on land. We understand animals that live on top of the earth, but the same can't be said for creatures that live in the sea. Flughahn. Achso, wer mich nicht kennt, wenn es um Tiere geht und wir sehen, wir werden vermutlich viele Tiere in diesem Video sehen, könnte ich mir vorstellen, ich schrei einfach immer rein, was es ist oder was ich denke, was es ist. Denkt dran, ich erzähle auch viele halbseitige Wahrheiten. Halbseitige. Halbwahrheiten. So. Sea Creatures. Flughahn. So. Mal's Ei. Hammer Ei. Großer Hammer Ei. Mockeran. Das stört euch bestimmt. Das triggert wieder einige Leute. Das schreibt ihr mir dann am besten in die Kommentare. Bitte. Aber versucht das mal liebevoll. Versucht mal, liebevolle Kommentare zu schreiben unter solche Videos. Und ihr sagt, lieber Robert, ich würde mir wirklich sehr doll wünschen, dass du nicht immer so schreist. Und dann überlege ich mir, ob ich nicht immer so viel schreie. Forget to smash the like button. Subscribe to the channel. Wir werden liken und subscribe, wenn es uns gefällt. Lit Content. Let's hit roaming. Wer ist das denn? Riton. Oder Alien Shark. Okay. Völlig übertrieben. Photoshop. Auf gar keinen Fall echt. Es ist ein Hammerhai. Aber die Zähne stimmen schon mal nicht. Es ist alles. Das ist gephotoshoppt. Das ist schon mal Quatsch. When I saw this image, I thought that this was either an Alien or the work of Photoshop. But it turns out it's a... Nein. Es war ein work of Photoshop. Das soll der große Hammerhai sein. Swirna Mockeran. Wir wissen alle. Der große Hammerhai. 6 Meter. Auch mal 800, 900 Kilo. Sagen wir 500. 500, 500, 600. Ich habe mich schon mal mit Leuten darüber gestritten. Ich habe schon Hammerhai gesehen. Da wird gesagt, der große Hammerhai, 400 Kilo. Leute, ich habe Hammerhai gesehen. Da würde ich sagen, da reichen keine 700 Kilo. Aber gut, was weiß ich schon. Hammerhead Shark being dragged ashore. Hammerhead Sharks are weird. They are very distinctive head shapes that make them look super freaky. Nein. Hammerhead Sharks sind nicht weird. Hammerhead Sharks sind die modernsten, die krassesten, die schönsten, die wendigsten, die smartesten, die härtesten Haier ihrer Art. Bucky Dennis caught a record-breakingly big hammerhead off the coast of Boca Grande in the Gulf of Mexico in 2006. The massive fish was 14 and a half feet long. Oh, ich bin so schlecht. Fast 15, also fast 5 Meter, 1280 Lips. Also 600 Kilo, roundabout. Ich habe euch ja gesagt, ich habe schon welche gesehen. Das können aber schwangere Mädels gewesen sein. Übrigens hier im Aquarium, das hasse ich, das wisst ihr schon. Diesen Hammerhai, würde ich sagen, habe ich auch schon gefilmt. Bahamas. Nicht Tiger Beach. Ist nicht Tiger Beach, ist aber in der Nähe. Werdet ihr noch sehen. Also, ja. Ist ein Quatschbild. Ah, da haben wir was gelernt. Wir haben tatsächlich im Video was gelernt. Hammerhaie kriegen lebendige Junge um die 50 Stück. Das war richtig. Gut. Nummer 9. Das habe ich irgendwo gesehen als Video. Das habe ich irgendwo gesehen als Video und das ist einfach nur ein Rochen oder irgendwas. Ein männlicher Rochen. Werdet ihr euch auf Coney Island gegangen? Es ist ein lustiger Ort, um zu sein. Hey, this weird creature from the ocean must have heard its rap for a good time and decided to surface. Ist einfach nur ein eingerollter, was soll es sein? Join the party. Wir sehen, es ist auf jeden Fall ein Männchen. Ihr seht hier hinten die Klaspern, also die männlichen Geschlechtsorgane. Seriously, what is this thing? TikTok-User Natalia Vorobock uploaded a video of the weird creature caught by anglers on the Coney Island Pier. The footage of the mysterious creature flopping around got 23 million views on the video platform and was later shared on other social media sites, making headlines and freaking people out across the world. A lot of people thought that the creature looked like the Demogora. Die Serie habe ich gesehen. Demogora from Stranger Things. Genau. Demogora from Stranger Things. But Ocean Conservation Trust waited in to say that it was actually an underdeveloped skate. Also, entweder fragt ihr nicht mich, aber ihr könnt die Mission Erde Community fragen. Die hätten euch sagen können, dass es nur ein Skate, also ein Rochen. Ja, es ist ja ganz unterhaltsam. Oh, was haben wir? Riemenfisch. Riemenfisch, sehr interessantes Tier. Auf diesem Fisch basieren sehr, sehr viele Mythen über Seemonster, Seeschlangen, Tiere, die Schiffe nach unten ziehen. Der Riemenfisch ist selten gefilmt. Einer der längsten Fische im Ozean, wenn nicht sogar der längste, über 10 Meter, aber sehr schmal und sehr dünn. Hat vorne so eine Tentakelkrone, die ziemlich abgefahren ist. Googelt mal Riemenfisch, ist der absolute Hammer. Richtig geiles Ding. Es gibt eine Arte-Doku. Ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Haut mal hier den Link rein. Endgeil. Die geht ums Mittelmeer. Die geht um eine Boje, die im Mittelmeer so eine Tiefseemessstationsdingster-Boomster ist und hat ein französisches Filmteam. Monatelang immer nachts gefilmt, um den Riemenfisch zu filmen und haben auch super, super, super geile Aufnahmen gemacht von dem Riemenfisch. Ultra geil. Die du sonst niemals kriegst. Die Viecher filmst du einfach nicht. Ich war mal fast dabei, während einer gefilmt wurde. Und ich habe selber noch nie einen gesehen, der angespült wurde im Hafen von Fayal, also auf den Azoren. Versucht mal jemand rauszufinden, wie diese geile Arte-Doku heißt. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Das ist natürlich auch vermutlich ein französischer Titel. Über irgendwelche Taucher, Tiefseemessungen, ich weiß, es war auch 90 Minuten. Über diesen Riemenfisch, auf der Jagd nach dem Riemenfisch, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und die sind nachts tauchen, die haben auch immer so silberne Anzüge an, mit Rebreathern und riesen Kameras. Und dann kommt der weiße Hai. Im Mittelmeer, in der Nacht. Alter Schwede! Wie geil ist das denn? Boah, wäre ich da gerne dabei gewesen. Okay, Riemenfisch, wir gehen weiter rein. Das, was Seals eben so machen. Ihr seht das auch hier, ne? Also, richtig schön langer Körper. Aber die sind ganz schmal und silbrig. Und hier vorne diese geilen, super bunten Tentakeln teilweise. Sind aber keine Tentakeln, sondern ihr seht das. Die Flosse, die Rückenflosse hört ja auf. Das hier vorne sind einfach Flossenstrahlen, die umgebildet wurden zu dieser geilen Haube. Da weiß man, glaube ich, gar nicht, was er damit macht. Ich würde sagen, geil aussehen. Für seine Mädels vielleicht. Und die siehst du immer nur, wenn du monatelang an einer Boje, an einer Stelle, jede Nacht tauchen gehst, stundenlang. Oder wenn du Ultraschwein hast und der liegt halt irgendwo am Strand. Geiles Ding. Ey, da habe ich im Vortrag verwendet, dieses geile Bild, wie diese Navy Seals da alle stehen mit diesem supercoolen Riemenfisch. Und, na klar, macht er auch Biolumineszenz. Das heißt, er leuchtet im Dunkeln von alleine oder benutzt Bakterien. Da, guck mal, da sind auch seine geilen Tentakeln. Ich sage mal Tentakeln, aber das stimmt ja gar nicht. Auf Englisch, genau, Ohrfisch, also O-A-R. 23 foot long, 300 lips, also nur gerade mal 140 Kilo. Und sieben, es ist knapp acht Meter. Guck mal, dann fehlt dir hier schon das Gesicht. Das hat einer abgeknabbert. Das ist immer das Erste, was bei Tieren fehlt, das Gesicht. Wenn es tot ist, ah, geil, ey, den würde ich auch gerne mal, also ich würde den gerne mal lebendig sehen. 36 feet in Length, das ist über zehn Meter. Ja, also wir wissen, ne, Riesenhai, neun Meter, manchmal zehn, Walhai, 14,50 Meter, ist der größte Fisch im Ozean. Das Vieh hat halt Potenzial, wenn es mal ein richtig ausgewachsener Monsterohrfisch ist, der könnte der längste Fisch im Ozean sein. Der ist lebendig, Leute. Und da seht ihr wieder seine geile Frisur hier vorne, Rothal. Ey, guck mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, so 13 Menschen breit. Der Mensch ist ungefähr 60, 60, je nachdem 70 Zentimeter breit. Das ist schon ein ordentliches Biest, ey. Das ist hier so eine bestimmte Tiefseeaufnahme, ne, aus dem U-Boot, zack, ne Larve vom Oerfisch. Na gut, schönes Monster. Das weiß ich nicht, was es ist. Über 1000 Meter Tiefe, aber was zur Hölle? Das habe ich noch nie gehört, wir werden sehen. Alles kommt immer aus dem Golf von Mexiko. Auch den Puls, oder was? Quallant, ne? Was haben wir? Aber wie auch der Puls? Placental Jellyfish, also eine Qualle. Eine Plazenta-Qualle. Zwei Fuß, also 60 Zentimeter. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Siehst du, in der Tiefsee lauern eben doch noch fiese Monster. Creepy. These ghost-like creatures are usually found in the cold waters of the Antarctic. So, what is it doing in the Gulf of Mexico? I've got no idea. Maybe. I've got no idea. It needed a little vacation. Schöne Erklärung. Ja, ich glaube das auch. The Cyclops. Ja, das kommt immer mal wieder vor, ne? Das hat man bei Schildkröten, bei Schlangen, bei Haien. Immer mal wieder taucht, dreimal im Jahr, irgendwo, ein Hai oder irgendein Tier auf, was nur ein Auge hat. Übrigens, immer wieder ein guter Witz bei jeder Party, wenn ihr in der Küche steht, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Naja. Passiert. Und ihr seht schon, weibliche Hai, ne? Habt ihr gut erkannt, Mission Erde. Na ja. Sharkhunter. Ich wäre auch gerne ein Sharkhunter, aber mit der Kamera. Was haben wir überhaupt für ein Hai? Weiß man nicht. Irgendwas Katzenhaiges oder so, ne? Und es kamen aus, wie ein Deformed Shark Fetus. Zyklop's animals do appear in nature when something goes wrong with the animal's development, but it certainly is an unusual sight. Roman Federtstow. I guess I kind of made it sound like there's a monster out there called Roman Federtstow, but actually that is the name of the brave Russian fisherman who catches sea beasts and shares them with the world on the internet. Federtstow works on a trawler based in Mermansk and has even seen some of the scariest creatures to ever live. Segeloka. Super und scary. He's decided to make it his mission to share pictures of monsters he's encountered in his line of work and post them to Twitter and Instagram where he has amassed hundreds of thousands of followers. Have a look at this weird, unidentified, white monster from... Ich sag mal nichts. Völlig anderes Tier. Eben das Tier gezeigt. Jetzt kommt hier der kleine Krakenhai. Also check out the teeth on this beast. If you want to convince yourself... Korallenwelsen! Immer giftig übrigens. Und immer so im Schwarm unterwegs, um sich zu schützen vor Feinden. Nicht anfassen. Giftiger Fisch. Doof. Kann doof aus sein. Aus... Aus... Kann doof ausgehen. Aus Schwimmen in dem Fall. Gary is placed and you should never swim in it or travel across it ever again. Then check out his Instagram feed. The handle is rferrstol underscore official. Eilis Monster. Not all Sea Monsters are Behemoths. Scary things can come in small packages too. A little Anklebiter of a... Okay, mit dem Wobbler gehakt. Ich weiß noch nicht, was es ist. Das ist aber... Chat, wisst ihr, was es ist? Es ist was Blindes. Ich sehe keine Augen. Für mich sieht es nicht nach Meer aus. Es könnte eher Süßwasser sein. Ja, ach so Lodl. Symbiont aus Stargate. Ah ja. Okay, danke. Danke, Chat. Was caught in Australia in the summer of 2019 freaking out the good people of the internet. T. Hoken was fishing with a group of friends at the Shady Camp fishing area when this... Shady Camp. Sag das. No eyed alien creature was brought up to the surface. It may not have any eyes but it certainly has a face full of sharp teeth. I really don't like the look of this thing. I really don't like the look of this thing. Ah, Grundl. Oh, na gut. The angler spoke... Passiert auch ab und zu mal dass ein Fisch ohne Augen auf die Welt kommt aufgrund von Entwicklungsstörungen irgendwas schief gelaufen in der Zellteilung. Es gibt aber auch Fische ohne Augen. Höhlensalmer zum Beispiel. Höhlenfische und so weiter. Höhlenwälse. Die brauchen keine Augen. Die leben in absoluter Dunkelheit. Sind übrigens auch alle hell gefärbt. Hab ich mal gefilmt auf den Bahamas und in Mexiko? Das sind mal sehr schlechte Aufnahmen weil es schon tausend Jahre her. Ja, Alien. Seid ihr Team Alien oder Team Predator? Ich sag euch dann, was ich bin. Schreibt's rein. Alien oder Predator, Chad. Go. Ergert die Mods. Alien oder Predator? Ich bin da ganz klar. Ich bin da ganz, ganz klar. Überwiegend Alien-Fans. Ganz genau. Vielen Dank, lieber Chad. Ihr könnt wieder aufhören. Jetzt sterben die Mods auch nicht mehr. Ich bin absolut Team Alien. Alter, HR Giga, der das Alien gemalt hat. Basierend auf einem kleinen Krebs, den wir übrigens immer wieder beim Forschungstauern Helgoland auch finden. Caprella. Alter. Also wie geil kann man als Xenomorph eigentlich sein als Alien? Ich liebe alle Alien-Filme. Egal, wie schlecht man die halten. Sigourney Viva. Alien. Mega geil. Predator. Ja. Arnold Schwarzenegger. Dschungel. Ja. Ja. Aber Alien. Freunde. Aber. Ich habe viele dieser Filme synchronisiert. Ihr wisst es. So. On fire heute. Wormgobi. Siehst du wieder was gelernt? Bei 30.000 Fischarten kann auch der Lehmann nicht alle kennen. Also Gobi's kenne ich. Wormgobi. Na gut. A creature native to the part of Australia that usually lives its life under thick mud. Geil, Alter. The image went viral and was shared by popular Twitter accounts such as Nature is scary. The conclusion? Australia is a terrifying place filled with actual monsters. Na genau. Platz 3 schon. Ey, ich finde es, auch wenn es trashig ist, wir müssen ganz ehrlich zugeben, es unterhält uns. Es unterhält uns. Wir haben hier Spaß. Der Chat eskaliert. Ich finde es alles geil. Ich gucke mir auch gerne so was an, weil irgendwo ist ja immer noch mal was drin, was man irgendwie lernt und so. Ich bin unerhalten, Freunde. Deswegen guckt man Frauentausch. Wir gucken heute hier Fischtausch. Vorsichtig immer, was 1967 oder irgendwann irgendwo hochgezogen wurde. Da sind die Bilder ab. Na ja, guck mal. Neuseeland. Neuseeland. Boah, es ist eine Menge, Menge Tod am Start. Hier sieht man auch sowas wie eine Flosse vielleicht. Puh, schwierig. Ey, wir machen auch noch mal irgendwann, ich schreibe es noch mal auf, ich kriege, ja, weiß ich nicht, so drei, vier, zehn, zwanzig Nachrichten pro Woche mit irgendeinem komischen Bild, irgendein Tier. Was ist das? Machen wir mal. Ich zeige euch die mal. Ihr müsst dann sagen, was es ist und manchmal weiß ich es auch nicht. Da sind Dinger dabei. Ach Gott. Schauen wir mal. Aber bei so einer Größe, ihr seht ja schon hier, Schiffgröße und sowas, großer Hai, großer Wal, irgendwas Großes. Großes Fischiges. Viele, nicht viele, einige, Wale kennt man nur von Todfunden übrigens. Gerade in der Schnabelwall-Liga. Es gibt ja 94 Waltiere, Cetaceans, Wale, Delfine, Schweinswale. Und davon kennt man einige wirklich nur von Todfunden. Noch nie lebendig gesehen, sondern nur bei einer Strandung gefunden oder so als Carcass. Die heißen irgendwie alle Akira Tanaka. Die Walfänger, Schipscaptain, sobald das Japaner sind, heißen alle Akira Tanaka. to dump the stinking carcass back into the ocean. Ja, denn, ich habe einen, einen Kollegen, der hat, ich weiß nicht, das muss so 2004, 5, 6 gewesen sein, war der vor den Kanarensegeln mit einem gelben Segelfisch, Segelschiff namens Aldebaran und hat auf den Kanaren einen toten Architeuts gefunden. Also den Riesenkalmar, Freunde, ja, und hat den auf die Heckplattform gezogen und den Schnabel rauspräpariert. Das Boot stinkt heute noch. So viel zu, Kadavern aus dem Meer. Gefährlich. Ich habe schon einige tote Robben angefasst und aus dem Meer gezogen. keine gute Idee. Ah, Fisch. Das ist ein Takanaka. Sahan. 2000 Kilo. Da wird es bei Fischen schon wirklich eng. Mohnfisch, großer weißer Hai, Riesenhai, Walhai, ja, Riesenmaulhai, ja. Ansonsten, ich meine, nee, Tigerhai nicht mehr, ist raus. Schwierig. Ja, hat es eine Wirbelsäule oder nicht? Ist die wichtigste Frage. So, na genau. Glesiosaurus, na genau. A dinosaur thought to have gone extinct millions of years ago. Ja, da haben wir den Beweis. Alles klar. So, hier sehen wir, das könnte gut hinkommen. Ketorinus Maximus. Ketorinus Maximus ist es. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Feuerzeug, Feuerzeug, Stift, Handy, dass man, ah, mit dem Handy muss man fotografieren, Schuh mit der Schuhgröße, dass man weiß, wie groß es ist und aus mehreren Perspektiven fotografieren. Was denkt ihr, wie die Scheiße gestunken hat da, alter Schwede. Nummer 2. The Mermaid. Mermaid. The Mermaid. Wie wir alle wissen, kommt diese Legende, lieber Chad, woher, von welchem Tier, woher kommt die, kommt schon, wer ist der, ja, Mixi-Xi. Die Seeku. Ja, Manatee, sehr gut. Leute, ich liebe das, dass ihr genauso fresh und fit seid, in Sachen sehen wir uns damit. Und wie wir wissen, ist Animal Planet einer der besten Forschungssender, wenn es um Wahrheiten geht. Die sagen ja auch, der Megalodon lebt noch. Das wundert mich jetzt. Das wundert mich, dass da Animal Planet, dass da, dass da, dass ich da bei oben ein Fake kann. Das wundert mich. Mr. Takanaka wieder am Start. Ich mag, ich hab, warte mal, ich hab jetzt hier auf, ich brauch Ton. Ich, wie geil ist das denn? Ich brauch jetzt bitte nochmal diese Schauspieler. Das ist doch auch ein Typ, oder was? Wusstet ihr, wusstet ihr bestimmt, lieber Chad, dass es Mermaiding gibt. Also ihr könnt euch so einen Schlauch anziehen mit Kokosnustop oder wie auch immer, wie ihr das wollt. Ist ja jedem selbst überlassen. Und Monofloss, also wo ihr mit beiden Füßchen drin seid, Fischschwanz, und dann könnt ihr schön durchs Wasser mermaiden. Hab ich sogar schon fotografiert. Und bei Kindern, bei jungen Mädchen, die das gemacht haben, die waren, waren die zu dritt? Ich hab irgendwo die Fotos. Super geil sah das aus in so einem beleuchteten Pool, wie die so zu dritt mermaiden. Und die hatten noch so ganz viel, weiß ich nicht, Paillettenzeug an und dies und das. Sah ultra geil aus. Ich bin großer Fan des Mermaidings und werde da demnächst auch einsteigen. Und mal eine Eins in den Chat, wer findet, Fritz Meinecke und ich sollten im größten Pool der Welt in Dubai ein bisschen Mermaiding betreiben. So, kleiner Spaß haben wir an. Er hört bloß auf, hier eine Eins reinzuschreiben. Ein geiler, wertiger Typ am Strand. Ich liebe es. Fische. 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 Ja, äh, ganz wichtig, man hat bisher noch keine gefangen. Das heißt nicht, dass es die da draußen nicht gibt. Ach, Freunde, hört auf einzeln zu schreiben. Fritz und ich machen es eh. So, jetzt Platz eins, wer kann es sein? Irgendwas Mondfischiges ist immer gerne gesehen, Wahlkadaver am Strand halb verwest, irgendwas. The Megalodon. Yeah, The Megalodon. Ohne den Don geht es nicht. Ihr wisst es, ohne den Don können wir kein Video machen, bei dem es um Sea Creatures und Scary Sea Creatures geht. Ohne den Don geht gar nichts. Naja, dann der Megalodon. 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 Der Don. MG. Meg. Wie auch immer. Ohne den Don geht nichts. So, jetzt habe ich es auch oft genug gesagt. Naja, also schon mal falsch. Also es war kein Great White Shark. Also das ist ja schon mal. Also der Great White Shark ist ein ganz anderer als der Megalodon. Kurz zurück, ob diese Info stimmt, lieber Chad. Das müssen wir prüfen. 2.664 lbs. Stopp! Biggest fish ever caught was a freakishly big Great White Shark weighing an incredible 2.000... Bitte prüfen, lieber Chad. Und zwar sofort reingehen. Great White Shark largest one ever caught. Sowas wie Corsica. Weight largest Great White ever. Carcharinos Carcharias. Irgendwas kommt schon. Wir brauchen das Gewicht. 2.664 Pfund sind 1.300 Kilo. Das ist schon ein Monster. Die größten weißen Haie kommen übrigens aus dem Mittelmeer, werden über 7 Meter. Ich bin nämlich auch eher so bei 4.200 Pfund. Das schreibt hier einer. Bitte mal in die Kommentare hauen, auch im YouTube-Video. Ich weiß, es ist nicht mehr auswendig, aber ich war auch eher so bei über 2 Tonnen. Ganz ehrlich gesagt. Gut, größten weißen Haie aus dem Mittelmeer rund um Corsica zum Beispiel. So, weiter. Ich mag, wie diese Frau im Fenster sitzt, sinnierend und sich versucht vorzustellen, wie da draußen ein riesiger weißer Hai rumschneit. Vor Corsica und Leute frisst. Ah ja, okay. Nein, aus Australien kommt definitiv nicht der größte weiße Hai. Nein, falsch. Mit der Angel vielleicht? Ja, aber nicht insgesamt. Ja, nochmal, die International Game Fish Association zählt nicht. Da wird ja immer nur, naja, maximal 2 Drittel oder die Hälfte des maximal wirklichen Gewichts, was überhaupt möglich ist, finden. Und wir werden heute in diesem Video noch über ein extrem wichtiges Gewicht sprechen, liebe Freunde. Wartet ab! Wartet ab! Wissen wir schon von der International Shark Attack Fall, die ihr mittlerweile alle auswendig kennt. Ihr wisst es. So geil, Ayrscharks, also das Rausspringen, gefilmt, ich liebe das so sehr. Low from the ground, also low from the boat, mit einer schönen, ordentlichen Phantom-Kamera. Gibt wenig Schöneres. Back in prehistoric times, great whites had ancestors called Megalodons that grew up to 35 feet über 10 meter, Freunde, Megalodon and would have weighed upwards of 6,000 pounds. So, you know, the present day isn't all that bad. There was a time when actual Guck mal, Größenvergleich, Megalodon und weißer Hai. Ist schon, hätte ich schon Bock. Hätte ich Bock. Boah, hätte ich Bock auf den Meg, ey. Die hätten mal statt Jason's Daytime mich fragen sollen, ob ich da mitspiele. Ich hätte so Bock gehabt, den zu sehen. Kill life monsters lived in the ocean. That was the 10 scariest Leute, es geht nichts ohne den Don. Ihr wisst es. Geht mal rein in The Supreme. 10 scariest Ich, geht mal, ich setz mal ein Like drauf, weil ich abonniere auch mal. Ich glöckel auch mal. So, das ist wild. Warum denn nicht?